So Leute, Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Wir müssen miteinander reden, wie wir sehen Ich habe einen Landfurtstops Simulator heute Ich habe ein Atari T-Shirt an Oder Pulli Und ich wollte eigentlich das Video schon seit langem machen Eigentlich so die Jahresankehren Und ich wollte, was passiert heute, dieses Jahr oder so Und... Ja Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Stress Arbeitsmäßig Ich habe jetzt eben Beziehung zu führen Ich habe nebenbei eine Wohnung zu führen Ich habe nebenbei meine Mäuse zu füttern Füttern zu Beschäftigen Ich habe nicht ganz so viel Zeit Heute habe ich aber noch eine Zeit dazu genommen Da war wieder etwas Großes zu nehmen Ich habe heute drei Caronco-Videos gemacht Dieses Video war relativ früh von uns Hoffentlich Weil es hat vieles damit gedaupt Also erste Sache Ich werde jetzt wohl mein Uploadprogramm Oder einen anderen Uploadprogramm Muss ich oder möchte ich In der nächsten Zeit ziemlich viel Und mehr zocken Weil es ist einfach geil Wir wollten weiterkommen Wir wollen mit dem Pfarr des Jahres 2019 werden Ja und den Wunzenkanal Und die restlichen Sachen werden jetzt nochmal Wochenende kommen Samstag, Sonntag ist auch Freitag Dann haben wir einen guten Tag Dann haben wir einen guten Tag Und die nächste Zeit Was haben wir jetzt hier Für mich Für mich hat es Für mich Für mich Für mich einen Mixer, zwei DMX-Controller, dazu noch zwei, drei HDMI-Verteiler, vielleicht noch einen Auto-Switcher rein, dazu noch Umwandler, vier Umwandler und so weiter, das komme ich einfach dazu. Und zwar ist es der Meinung jetzt anzusprechen. Ich habe seit lange schon eine NDS hier, ich habe eine Mini-NDS hier und in der nächsten Zeit möchte ich mir noch einen E-P60 holen zur Gamestream-Zeit und ich möchte noch einen PS4, beziehungsweise habe ich einen PS4 noch nicht gehabt und die Sache ist, ich brauche dann ein paar andere Tests, also ich könnte das jetzt genau erklären, ich kann das einfach dann mache ich das später bei Helden-Schrank-Thema wahrscheinlich nicht nochmal, wenn man den Schrank abholen, uns angucken oder noch weiter mit dem Kunde besprechen oder noch so weiter und so fort. Die Teile sind da, möglichst aussehen ist noch eine Geschichte für sich selbst, die eine Sache will ich mir noch bestellen, die ein oder andere Sachen sind schon da, ich brauche auch sämtliche Karten, die ich dort drinnen noch verlegen möchte, weil der Schrank ist was ganz Gewaltes. Für mich was Großes, was Geiles, was Wichtiges. Und dann soll eben Mitte des Jahres zu diesem Schrank noch eine Kleinigkeit, eine Besonderheit rein, die ich geplant habe und zwar möchte ich den Minder-Support-Kanal, Minder-Support-IP, runterfahren, weil ich ja da sowieso teilweise keine Lust mehr habe, irgendwas aufzunehmen, warum keine Aufrufe da sind und deswegen versuche ich auch irgendwie nach und nach hier runterzufahren, vielleicht weiterzumachen mit Landwirtschaft. Ich finde eigentlich ist dieser Style gerade richtig geil der Hut und das hier vielleicht noch die Brille dazu, da wäre ich jetzt sehr cool. Aber ich möchte mir nämlich noch einen Capture-Cane kaufen und wer jetzt 1 plus 1 rechnen kann, dann weiß ich in welche Richtung es dann später hinaus leuchtet oder beziehungsweise was ich machen möchte, was möchte ich dieses Jahr noch erreichen, dieses Jahr wenn ich vielleicht nur umziehen, weil, weil ich dafür nicht alles Platz habe, wo dann immer wieder meine Freundinnen herkommen, euch auch ein bisschen mehr als ein Bett, was so groß ist und wo ich gerade mal drauf passe. Ja, also jetzt wisst ihr einigermaßen, was dieses Jahr kommt und warum das Video jetzt zuerst kommt, ich habe wie gesagt keine Zeit in letzter Zeit. Ich habe viele auch an der Playstation weitergezoppt. Ich möchte nämlich jetzt auch eine kleine Spiele sammeln, eine Sammlung mit mir ansammeln, von Indie-Spielen, N64-Spielen, PS4-Spielen, PSA, VR und der PC war in letzter Zeit kalt. Der hat wirklich gearbeitet, wo er hochgefahren ist, der wollte Updates machen wie verrückt, der hat sich mehrmals aufgehangen durch diese tausende von Updates nach und nach. Und ja, wenn ich eigentlich mit dem Mikrofon spreche, ist es vielleicht eingenehmer, als wenn ich hier die ganze Zeit so mache. Also mit dem Medikamoran finde ich das so, wenn ich teils bin, ziemlich sexy. Jedenfalls war es, dass wir schon machen sollten. Nur kurz, möchte ich sagen, ich bin jetzt bei 5 Minuten Aufnahmen, fast 6 Minuten. Und es wird natürlich wieder irgendwas rausgeschnitten. Was vielleicht von Tieren und Spielen bekommt. Ein Tier ist wieder eine Krankheit, hat ein Turment. Das bedeutet für mich, sterben lassen, freilassen, selber töten oder töten lassen. Es sind 4 Sachen. Sterben lassen, irgendwann hat man Schmerzen bestimmt und kann nicht mehr richtig laufen. Selber töten kann ich nicht, das kriege ich nicht übers Herz. Einschläfern lassen ist eine Möglichkeit, kostet Geld, vielleicht auch. Wer weiß, ob das Tier am angenehmen stirbt das Leben. Ich habe gerade lesen, die Mäuse nehmen jetzt ein Tier. Und deswegen will ich auch fast noch mal viel bevorzugen, das Tier freizulassen. Weil ich will auch, wenn ich weiß, ich sterbe bald, wenn ich mich nicht bewegen kann, will ich auch am liebsten nochmal rausgehen. Oh, die Natursegungen, die Mäuse sehen, die haben wir bisher noch nicht gesehen. So wie ich meine meine, sollte ich das machen. Leute, danke schön, dass ihr hierhin zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, freut euch auf die K-Augen-Videos. Ciao!